Da sind momentan so Zootiere drin, Bruder. Ich hab einfach einen Silverback Gorilla jetzt hier unten drin. Hahaha, geil. Ehrlich, soll ich euch mal einen Snap kicken? Mach mal einen Snap, ey. Gleich nach dem Game, nach dem Game. Nach dem Try-Up-Game, ja. Bruder, die stehen jetzt hier neben mir auf dem Tisch, Digger. Der Silverback, Bruder, der macht... Hab mal zusammen, Digger, der macht alles kaputt. Ich hab gestern ne Caitlyn gehabt, die war ohne Trinket irgendwie Torsten in der 20. Minute oder so. Ja, du kannst nicht ohne Trinket aus Base... Ich weiß auch nicht, wie die das hingekriegt hat, ey. Hey, yo, das ist free! Renga, Renga einfach. Weiter, 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 weiter! Digger, hier, end, der hat Gehild, end Gehild, Digger. Wo bist du? Ah, du bist Kern-Low, ja, nee, dann lass nicht, lass nicht dann. Hey, warum war der... Warum war der Echo nicht drinnen? Das sah richtig komisch aus. Digger, der Echo hätte in seine W reinflashen sollen. Dann hätten wir drei Leute gestanden, dann hätten wir noch zwei gekillt. Glaub ich auch, Digger. Oh, das sah richtig komisch aus, Digger. Dann irgendwie erst hat man nur Ari gesehen, Digger. Nee, Ari und zwei Leute waren in ihr drinnen, irgendwie. Das auf jeden Fall, das hab ich gesehen. Ja, Name ist nicht Base gegangen mit dem Kill, ne? Der Name hat Kill gekriegt, geil. Egal, wir haben, äh, keine Thumbs geburnt. Die haben noch Heel und so geused. Schon krank, Mann. Ich hätte voll Angst gehabt, dass die, dass da eine Bombe... Wurde die Exosse oder so von Cassio? Weiß nicht, maybe. Oder irgendjemand anderes, aber nur vielleicht. Haben die hier gewardet? Ah, ich kann's nicht, Digger, der Rengar wieder aufkommt. Oh, shit. Wie reagiert es dir? が, ich glaube, das ist Pfege. Das ist... ... ... ... ... ... Der heiges Exhaust ist just more broken than Ignite digga Das hält er mich jetzt nochmal ran Digga wie kann die mich wir sind beide 100 prozent hp 100 prozent sie hat ne fucking tier digga wie macht die mehr damage als ich mit longsword kein gift Ach komm digga Nein ne man Digga das macht wieder keinen Sinn Ich hab keine Lust mehr ey Der Tier digga outfällt mich mit dem Tier Alles klar man Warum wollte sie mich nicht outfällen damit Oh Rengar ist bei ihm Kommst du runter Ich komme auch langsam Rengar low oder so? Nein das rausgehen Gut das du da rausgegangen bist man Macht er immer noch die Camps was glaubst du? Oder er könnte auch Toplane kommen Ja wir können gucken ich komme auch Ja der ist da dann Ne Camp ist weg Camp ist weg Ja Predator ist nicht an Ne ist hier nicht Ne ist hier nicht Ist hier nicht Wo ist denn der da? Er ist rausgegangen Er hat die Camps gehabt schon und dann ist er rausgegangen Ok er hat kein Flash by the way ne Ich hab jetzt Predator geused digga erst in ner Minute ist es wieder ab Ja digga sie hat trotzdem keinen Flash Ja digga Ja digga Digga auf so nem Silberrücken hätte ich auch Bock Er muss sich ganz wirklich zugeben Kriege er einen Spot Wir gewinnen das nicht digga oder you guys are doing Ja er hätte gedacht dass er auf den Zahn hat Aber wo ihn wird Das haben wir jetzt digga Oh okay Woll doch noch was digga Ah ich kann mir jetzt Boots gegangen digga Kann sie deswegen wahrscheinlich nicht traden aber Hoffentlich geht sie nicht Boots Level 1 hast du by the way gesagt digga Weht dir War das ein Joke? Ja normal war das ein Joke digga Oh mein Gott digga Ich war voll am lachen als ich das gesagt habe Aber ich kann ja reagieren digga Digga ich hab das gar nicht gecheckt Alter Oh mein Gott er wird so cringe ey Push mit da hart rein Das ist ne Cannon Wave Ich brauch ein bisschen Aber sie hat auf jeden Fall wieder Exhaust euch Ich geh außen rum Ich hab kein Red Trinket Aber die weiß nicht dass ich da bin Ich hab Predator in 7 6 Renga ist auch in meiner Fresse gleich Maybe Und Und Halt Halt Wenn ich ihn Alles erkelig nimmt das schon dumm Hat die Eggdorf das ne ne? Nein Achri vom Top mit Renga Oder die machen DRAG Achri hat Olt Die hatten so ein Saphir Christen. Ne, die Spotlane. Komme ich einfach wieder Toplane ja, ne? Ah, Rengar, 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 Rengar hinter dir. Kannst du machen. Hier ist Rengar. Weiß. Ich komme auch. Ich bin voll durch den Control-Rout gelaufen. Alles egal, ich habe keinen Bock mehr. Ich verstehe das nicht. Woher kommt der Damage, Digga? Like, woher soll der Damage kommen die ganze Zeit? Die One-Shotted mich. Digga, waaat? Ey, Digga, ne, Mann. Ey, what the fuck. Ich habe keinen Bock mehr, Mann. Ich verstehe auch nicht, warum... Ja, warum pickt er Rengar, Digga, Mann? Hahaha. Ich bin so ein Rengar-OTP, Digga. Spitze ein Rengar. fact-tuch. Ja... Ich bin so ein Rengar-O-T-Saster. Gott, ich bin so ein Rengar-O-T-Saster. Ja, Digga, Ari, du bist ein richtig cooler Typ! Ey, fick dich, du Wohlen-Saster. ja das gestorben bin einer weiß nicht auf die exos hat der oder ihre e macht mehr 150 an oder so alter ich gebe es warum ist meine musik jetzt aus lulu ist damit auch er hat kein schaum der ich komme hoch und jetzt am kontrol wieder geplant tritt hier ist reich ist ringer ich habe die ganze zeit so komisch hingelaufen ja ich kann ihn nicht dieser schaden von ihr mann was ist denn da ist ich komme direkt bin ich erlaubt woher soll der ganze schaden kommt die kälte rippen auf level 1 mit träne dicker mit träne dicker ja ihre wave ist auch noch wieder fantastisch krass die reiten ok Ich gehe vor Magik, was ist das? Ich glaube, du hast keine Chance mehr, aber trotzdem... Besser Zeit, Frick, da krieg die Magic Rill gehen muss, Dega. What the fuck are you doing? Ja, ja, ist hier Dega, krass. Killing Spree. Pitch Dinger. Nur ein Sohn Ringer, ich krieg keine Mutter. Untertitelung im Auftrag des Wendels. Ich weiß, du hast selbst bitte die Schiffern. Da ist nicht so Speichel, das ist die Schiffern-Mann. Nein, die Schiffern-Mann. Entspannt hab ich jetzt ein Rapp-Up gedimmt. place top länder ich weiß auch nicht weiter der mensch kommt man zu tanken bisschen ich komme dann nicht hinterher mann es ist hier oben egal ist die werden gleich so lange macht von mir ohne scheiß was ist das was ich auch nicht verstanden bei gottes namen bei gottes so was muss ich verlieren weil sie exhaust mit hat ist so ein schlechter spell eigentlich ja für konkurs text ist ja doch für bessere spieler ist tatsächlich exhaust besser aber für so loops wie mächtiger ist ich hat schon tatsächlich ticken geiler da kann man mehr rumspielen und ist auch geringer von egnath kannst du mehr wassen jetzt bin ich richtig weiß man was ich bin wie liegt jetzt gerade ist der richtig nice irgendwie games sind voll okay gibt es viele scripter und holz ja aber so insgesamt egal die sind gerade ist zum beispiel und dieses ganze tun ist eigentlich ziemlich nah ist ja genau mit konnen warum denn richtig damit konnten wir ganz gut fünf zum 1 als ich euch zugeguckt habe ich schon manchmal gesehen dass sie am skripten ist ja an der mumu das ist keine ahnung das ist keine ahnung das ist keine ahnung das ist kein bait das ist keine ahnung 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 oh ich gebe black lieber digga als second item und nicht death dance man glaube so ist gut mehr cooldown reduction hey ja 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 ein wort dann oder was ich will jetzt mit tränke ding ist man kann rüber nicht so wie union ja zu spielen alter ich muss halt eigentlich schon gefeilt mit juni kann ich halt einfach ganz normal mein ding auf sideline machen würde ich schon eigentlich fein zumindest immer wenn ich meine holt ab vorwarten ringer Ich bin so behind im CS, ne? Nice, mein erster Kill, Digga. Oh, Junge, ey. Kein Bock mehr, Alter. Das habe ich in der Runde nicht irgendwie...